Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer weiteren Folge der Univerto 7. Unser Expeditionslager steht wieder und ich würde sagen, wir werden da mal, oder? Ich würde jetzt echt sagen, so hier, Dosen und Cola, da können wir ja, ne, da können wir ja ordentlich reinbuttern. Und dann würde ich sagen, wir machen mal hier so 5,5, oder? Oh, geht mehr? Wie viel mehr geht denn? So vielleicht, ne? Liebensmittel, hau mal, hau mal ordentlich rein da. Gewicht scheint ja jetzt, das scheint noch gar nicht so ins Gewicht zu fallen. So, dann würde ich sagen, Arznei, geil, wir haben keine Arzneifläschchen, aber wir können hier, da können wir auch ordentlich mitgeben. Ja, und, äh, nachdem wir da kein Glas haben, finde ich das zwar extrem uncool, aber ich würde sagen, wir, äh, die haben eine normale Moral. Ich würde sagen, wir, wir beginnen diese Expedition, ja, die können da ja dann, äh, 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 gucken, wo es hingeht. Wir hauen da jetzt nochmal ein bisschen Geschwindigkeit drauf und dann, so. Die Beamten sind sich einig, einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, okay, ja, passiert, ne? Äh, da drüben muss noch, bitte, äh, muss so getan werden, als könnte man das noch aufrüsten. Machen wir natürlich. Oh, Kurierhütte. Ja, 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 okay. Jo. Und dann, äh, gucken wir mal. Da müsste unser Expeditionsstar, ist es richtig? So, auf der positiven Dreierzebnis gefunden, Nahrung gesunken, 1, Moral gesunken, 2, okay. Gut. Geht einfach, geht einfach mal weiter. Gewöhnliche Erze, gewöhnliche außerirdische Ersatzteile, okay, das, äh, warum nicht? Ja, es sind ja auch diverse, ähm, Dinge abgestürzt, ja, also, ja, bloß hier Moral, läuft doch. Essbare Pilze, so muss das doch, ja, das geht ja. Ja, hier Umschlag, verhindert den Tod von Nuggets, das ist wunderbar, das ist, epische außerirdische Ersatzteile, wow. Okay, Raumfahrt abgeschlossen, was können wir jetzt hier bauen, hier hinten? Wow. Wir haben ja noch gar kein Observatorium, ja, das muss ja, ähm, wir müssen, wir müssen für ein Observatorium, müssen wir weit weg von allem, was einigermaßen hell ist. Ich würde fast sagen, wir bauen das hier hinten. Ja, ganz weit weg. So. So, glaube ich, sieht das ganz gut aus. Kann man machen. Da bitte einmal so hinhauen und dann hier. Das Kosmodrom. Ich finde das gut, dass das sehr klein ist. Wo kann man das da? Das wird eh niemals gebaut werden, weil es braucht Plastik. Ja. Und unsere Plastikdingen baut sich ja auch nicht. Und jetzt werden wir mal gucken, wo ist denn unser Expeditionslager? Warum ist das? Warum leuchtet unser Expeditionslager derzeit? Ähm. Verdammt, ich habe unser Expeditionslager verloren. Da ist es. Da haben wir Item gefunden, okay. Ich würde sagen, wir werden sie campen lassen. Wir lassen sie mal campen und dann haben wir, wieso können wir das nicht? Wir können sie füttern. Und dann laufen die auch schon weiter. Das ist total toll. So, ausgeruht. Nuggets haben gefunden. Sechs Mana aus dem Himmel. Okay. Seltenes uraltes Ei. Minus zwei Mana aus dem Himmel. Bora und Paracord. Ey, nichts geht über Paracord, ne? Ja. Boah, Zivilisation schon wieder ohne Strom. Ich... Nö, nö. Okay, wir müssen mehr... Ach, du reparierst das gerade. Ah, das ist ja cool. Ja, die Zivilisation hat schon wieder keinen Strom. Das bedeutet, wir müssen natürlich hier hin. Dann brauchen wir... Elektrisieren. Eins. Zwei. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir mehr Windkraft bauen. Wir kommen da praktisch mit drum rum. Oh, hier, 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 hier. Oh. So. Denieß, längst, längst, längst. Läh. So. Jetzt kann ich hier. Nein, nicht hier, 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 so. So, hier. Kannst du gelackt machen, ob man hier irgendwie... Ja, natürlich nicht. So. So. Okay. Dann haben wir das einigermaßen. Ja. Äh. Ja. Hätte setzen können. Hier, 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 hier. Und hier drüber. Und dann... Hier rum. Und dann hier. So. Nahrung gesunken. Moral gesunken. Wurde müde. Wurde müde. Ja, kämpfen. Äh, und heilen. Ganz wichtig, heilen. Und dann ist natürlich die Frage, wollen wir die zurückholen? Ja. Ja. Wurde wiedergefunden. Sehr schön. Oh. Ein, ein ungebildeter Nacket ist wohl irgendwie weg, ne? Das ist unschön. Würde ja alleine schon wegen diesen epischen Sachen, würde ich die ja langsam gerne wieder zurückholen. Ja. Moral ging verloren, obwohl Moral ist schon, die sind schon noch gut drauf, ne? Wir streifen weiter durch die Tee. Das ist interessant gefunden. Was denn? Oh, hier. Verdammelig. Da, komm her. Verjüngere dich. Dann hier hin, dann zu dem infizierten Gebiet. Hier her. So. Dann gucken, wo ist der nächstbeste? Da ist er. Läuft. Oh, hier Wahl. Gesetzesvorschlag. Studium. Wohnen im Alter. Wasserfütteln. Das will ich haben. Das klingt... Okay. Okay. Kampieren. Kann sie nicht heilen. Kann sie nur füttern. Okay. Hier, Lebensmittel. Lebensmittel unter dem Niveau fallen, drehen deine Nackels um und drehen zurück. An die Oberfläche. Aber die sind schon gar nicht mehr so gut bei Gesundheit. Deswegen würde ich sie jetzt tatsächlich umdrehen lassen. Ja. Wir machen das. Wir drehen um. Dein Team ist auf dem Weg nach Hause. Da waren wir gerade. Da ist nichts mehr, oder? Doch, da ist immer noch. So, hier. Hier ist ziemlich tot. Und dann hoch. Und dann... Und dann... Haben wir. Haben wir drin. Strom läuft schon wieder nicht so toll. Natürlich. Warum auch? Eieieiei. Mehr Windräder. Wir brauchen einfach mehr Windräder. Ja. Oh, hier die Farmen. Die sehen... Die sehen natürlich schon top aus, ne? Oh, da braucht der Wasser. Essen. Gelagert. Gekocht. Okay. Naja. Ah, was war denn hier oben? Verdammt. Hat sich schon erledigt. Oh, Vulkanausbruch. Das ist... Unschön. Ja. 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 Und... Gesund sollst du sein. Wir können das leider nicht. So. Hier. Hier. Oh, cool. Schau mal, wie die jetzt Bäume... Mit Lasern. Aber hey, warum auch nicht, ne? Also... Ja, Sagiturm. Wie sieht's hier aus? Verzweifelt das Klopfen im Inneren. Zack. Können wir den bitte... Hart verhaften lassen? So. Der hier. Wir unterdrücken hier alles. Ja, planetares Ingenieurwissen. Und wir sind durch. Das ist ja... Terraformer. Ja, okay. Kann man machen. Wir müssen ja hier auch weiter forschen. Das geht ja auch nicht anders. Atmosphärischer Wassersammler. Wolkenseer. Okay. Haben wir hier hinten eigentlich noch irgendwo was? Nicht, ne? Ne. Irgendwie. Irgendwie. Ähm. So. So. Dafür brauchen wir vorher Transportkappen. Schau mal hier. Und den hier. Ist da was? Dann machen wir das Zoo rum. Dann sollen die das Zoo. Und dann den, den und... Hier vielleicht irgendwie mal hoch, ne? Protokoll zur Wiederherstellung von Überresten. Okay. Ich, äh... Weiß nicht, ob das... Ob das gut ist, dort... Hier. Kosmetische Alchemie. Weltraum Expeditionslager. Aber wir kommen ja noch gar nicht ins Weltraum. In den Welt... Ins Weltraum. Ja, ja. Haben wir das mal. Hier. Raumhafen. Ui. Ui. Oh. Oh. Was bauen die da eigentlich gerade? Ich weiß. Ich weiß es nicht. So, wo können wir diesen Raumhafen denn hin? Dreschen. So, hier. Ah, bin mir gerade nicht sicher, ne? Also... Da wohl nicht. Oh, da passt er hin. Beziehungsweise... 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 Da... Da gehen ein Haufen Bäumstel... Weiß ich... Ja, so... Ja, so... Ja, würde Handel betreiben. Aber ernsthaft. Wollen wir Handel? Jetzt ist da schon wieder so einer. Sechs Leute. Oh. Okay, der ist... Lokalisiere den mal. Okay, der hat Panzer. Wir haben auch noch keinen Flughafen, ne? Nix. Wir haben auch noch keinen Flughafen. Wir müssen hier hinten auf alle Fälle noch... Wo sind sie denn? Hier sind sie. Dann müssen wir da... Und dann... Nee. Ja. So. So, und dann... Ja, ich möchte das. Ich möchte das trotzdem. Und dann möchte ich bitte... Hier. Hier. Hier möchte ich bitte... Ja, unbedingt. Und ich möchte auch... Hier. Möchte ich bitte auch. Wir leiden schon wieder an Unterstrom. Eieiei. Wo ist denn... Ist die denn jetzt irgendwann mal gebaut worden? Nicht, oder? Nee. Da ist die Nucketoiden-Fabrik. Da ist die Leibstoff. Äh. Ich weiß, dass wir eine Plastikfabrik gebaut haben. Ich finde sie nur nie. Stahl. Nucketoiden. Chemie. Leibstoff. Schwierig. Okay. Wir gucken nochmal hier. Hier. Fertigung. Leibstoff. Chemie. Plastik. Ey. Ich dachte, ich hätte die schon irgendwo gebaut. Ich dachte wirklich, ich hätte die schon wo hingebaut. Naja. Hey. Sehen wir es positiv, oder? Hier. Warte mal. Nee. Hier so geht nicht. Hier so geht, oder? Ach komm. Okay, dann. Ja, ich habe verstanden, dass die Zivilisation ohne Strom ist. Lass mich in Ruhe. Oh, da, 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 da. Hier. 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 Elektrisieren. Bam. Bam. Okay, wenigstens ein bisschen Strom. Team kehrt Expedition zurück. So, lass uns gucken, was sie dazu mitgebracht haben. Außer dem einen Verletzten. Zwei Verletzte. Oh mein Gott. Ja, ich würde sagen, Expedition beenden, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Epischer, ewiger Motor. Regenbogen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Und das ist sehr schade. Aber. Das klingt so, als könnte man sowas auch hier brauchen. Hier vielleicht. So. Denn wenn ich mir das hier so angucke. Dann sieht das so aus, als könnte man das hier auch schon brauchen. So. Einmal. Zweimal. Einsmal, zweimal, dreißmal. Ne, da nicht. Da geht gerade noch gar nichts. Hier, 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 hier müsste dann noch, oder? Ne, hier, hier können wir auch noch. Okay. Wo entnehmen wir denn überall Wasser? Wir entnehmen hier Wasser, wir entnehmen da Wasser. Und ich dachte, wir hätten hier hinten. Ja, haben wir auch. Aber da funktioniert noch nicht. Okay. Okay. Das ist sehr gut. Okay. Kino voll einsatzbereit. Das ist super. Dann fangen sie nämlich wieder wenigstens ein bisschen an zu lächeln. Sekunde. Und da ist er wieder. Ich muss kurz mit der Katze reden. Weil die hinter mir sitzt und ein Trauerjammern anstrebt und angestellt hat, weil... Oh mein Gott, wir haben jetzt zwei Sekunden lang Sonne. Und was fällt mir ein, dass die Terrassentüre doch nicht offen ist. Unmensch. So. Was haben wir denn hier noch? Hm, Wasserpumpe? Okay. Oh, die beiden werden uns bald neue Arbeiter schenken. Das freut uns her. Das freut uns enorm. So, wie sieht es hier aus? Also wir brauchen auf alle Fälle mehr davon. Und deswegen müssen die priorisiert werden. Unbedingt. Und was haben wir hier? Hier haben wir den Panzerhangar, der mich tatsächlich gerade überhaupt nicht... Aber so überhaupt nicht. Aber wo haben wir jetzt die Plastikfabrik hingestellt? Da nicht. Da ist sie. Die muss... Da. Wo ist... das Ufo über uns hereingebrochen? Oh, verdammt, Vulkan. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Bitte nicht. Was ist das? Das ist ein Restaurant. Aber... Hier. Sofort... Sofort abregnen lassen. Wo sind diese Nuggets und warum? Warum ist hier ein toter Nugget? Atmosphärischer Wassersammler. Mhm. Okay. Ja, das ist ja total toll, oder? Weil... Hier. Mhm. Fortschritt durch Quantenbohr-Technik, um Seen wieder zu ihrer vollen Kapazität zu verhelfen. Ein Eis-Automat kann gegen einen Aufpreis eingebaut werden. Oh, okay. Das ist aber schön. Lake grüner als vorher. Ja, da. Das ist unschön. Wo ist dieses Ufo hin? Wahrscheinlich haben sie schon abgeschossen. Ja, kann ich mir... Kann ich mir leider sehr gut vorstellen. Kann ich mir leider sehr, sehr gut vorstellen. Ja, das passt alle. Nein. Okay. Das ist, äh... Ich glaube, der war schon mal... Achso, das ist bei euch, ja. Schade. Aber ist natürlich nicht nur bei denen, ist natürlich auch bei uns. Muss man so jetzt auch sehen. Da steht wieder Vulkan, ja. Okay, das ist der Kupfstauber. Okay, das sind drei, die praktisch auf einem Fleck sitzen. Auch lustig. Lass uns mal gucken, wie sieht das dann aus, so von... ...viel weiter oben. Okay. Okay. Ja. Das ist halt... ...schon. Da müsste er eigentlich... Da müsste er doch eigentlich so ein... ...so ein richtig geiler Flughafen. Oh, hier hinten hin vielleicht. Ich glaube, wir haben... Ich glaube, wir haben einen Flughafen... ...haben wir... ...haben wir, glaube ich, frei da, also. Flughafen. Boah. So ein Pomp-Teil. Schon mehr grüner. Das ist nicht schön. Der ist auch grün. Das ist noch viel weniger schön. Hier vielleicht. Ha. So sieht okay aus. So machen wir das. Ja, und... ...dafür gehen wir hier hinten hin... ...und, äh... ...machen hier Aufposten. Das sieht okay aus. Ja. Ja, Sula wurde in Ketten abgeführt. Gut so. Ah, die Absperrgitter sind jetzt... ...okay. Sehr schön. Ähm... Hier, hier. Bitte nochmal aufbüllen. Und dann müssen wir hier gucken, dass das was wird. Hier. Hier, da muss auch. Hatten wir da vorher nicht noch einen gesehen? So eklig verbindend war. So, da war das der. So. Ich glaube, das war der. Da nochmal Wölk'sche. Da nochmal Wölk'sche. Der ist einigermaßen voll. Also, zumindestens voll genug, um... Ne? Ich weiß, der war unnötig, weil der ist nicht, aber... So, was bist du denn? Die Jagdhütte. Hm, okay. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir die Jagdhütte nicht einfach... Ne? Ich weiß nicht, ob das nicht eine gute Idee wäre, die Jagdhütte wegzutun. Hm. Auf alle Fälle kriegen wir viele... Haben wir relativ viele Gläubige, finde ich gut. Okay, das interessiert jetzt schon, was wir damit machen können. Ähm, wo war das denn? Ja, was... Können wir... Ähm... Was war das denn? Da. Weltraum-Gas-Bergwerk-Frei. Okay. Er hat noch hier die Mondkolunde. Schaltet Weltraum-Wohngebäude frei. Ja, ich glaube, da müssen wir den Raumhafen abwarten. Der müsste ja auch... Irgendwo müsste der ja sein. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Hm. Oh. Ja, wir haben noch kein Plastik, also ignoriere es doch. Ignorier es doch, bis es steht. Wo ist... Ah, dieser Stahl, ne? Naja, aber da gehen halt zwei raus. Und da geht halt, ne? Verteidigungsturm. Hier ein Haufen Zeug. Das ist der Raumhafen, der... ...natürlich ohne Plastik auch ein Stück weiter geht. Aber Leute, dann würde ich sagen, machen wir die Folge heute ein bisschen kürzer. Ja, das bedeutet, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dann bis dahin hoffentlich mit Plastik und so, ne? Hm? Ähm. Ja. Richtig. Genau. Äh. Vergesst nicht zu bewerten. Lasst einen Kommentar da. Immer die gleichen... Es werden immer die gleichen Netze sein. Ja. Bis dahin. Und ciao. Ja.